Hallo Christian! Was macht Jenny? Sie kommt gerade von der Schule und... ...hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Sieben Monate sind eine lange Zeit. Sieben Monate verliebt sein, sich den Angebeteten in allen erdenklichen Farben ausmalen. Die Realität ist ernüchternd. Malen nach Zahlen. Ich fühle mich noch zu jung für Kinder und überhaupt habe ich viel zu wenig erlebt, um schon ans Altwerden zu denken. Aber die Option sollte vorhanden sein, oder? Oder nicht? Ich stehe nicht so sehr auf Autos. Hey guys, you hold the certificate and you put the hand on. Ausatmen 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 Das wäre ein Rew Index. Ausatmen Untertitelung des ZDF, 2020